Wir haben mit dem ZSC gönnen. Gönnen Sie mit uns. CA-Media, Ihr Partner für Web-TV, Image-Videos und Event-Reportagen. www.camedia.ch Roman Bic, Stürmer, 29er, Schweizer Meister. Scheisse. Scheisse. Ich habe gehört dazu. Ich lege Wert darauf. Das sind so flöde Fragen. Ich liebe mich. Ja, zu gewinnen. Zu verlieren. Ja, momentan eigentlich keines mehr. Entschuldigung? Eine Frau von dem Team? Äh, hoppla. Ja. Der Gunti. Ich weiss auch nicht. Ich bin verdammt nicht vorbereitet auf solche Fragen. Rutscherfeder. Kackerts mit Hörnli-Röpfelmus. Sehr wichtig. Ich finde die coole Stadt. Findet man mich eher selten. Das ist Papier. Sehr wichtig. Sechste Mann. In der Drittelspause trinken viel, isolieren Stock. Kackerts mit Hörnli-Röpfel. Kackerts mit Hörnli-Röpfel. Kindheitsstraum war ich in der NHL zu spielen. Da habe ich sieben Spiele im Ring gearbeitet. Ich bin mir wichtig. Ist mir wichtig. Vergeben. Musik spiele ich selber. Mache ich sehr gerne. Ist das grosse Hobby von mir. Kackerts mit Hörnli-Röpfel. Wir haben echt gesehen welche Spieler. Kunti. 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 Musiker. Wir die Musiker. 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 Wir haben mit dem ZSC gönnen. Gönnen Sie mit uns. CA-Media. Ihr Partner für Web-TV, Image-Videos und Event-Reportagen. www.camedia.ch